Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu einer weiteren Folge Das Leben eines grünen Pixels Wir begeben uns abermals in das Spielemuseum Und schauen uns vorerst die letzte Konsole an, den Commodore Amiga Ja, begonnen haben wir mit dem hervorragenden ZX81 Dann den Atari 2600, den ZX Spectrum, BBC Micro Den mega genialen Amstrad CPC464 Den Commodore 64, Gameboy, das NES, das SNES Und heute schauen wir uns den Amiga an Da hat im Hintergrund kurz ein Laderockler, also ein Ladegeräusch gehört Ja, das sind die 8 Level Und wir schaffen ja schon gar nicht mehr alle Level durchzuspielen Wenn man guckt am Anfang, die haben wir schon ziemlich gut geschafft Und jetzt irgendwie ab hier BBC Micro ging es dann schon nicht mehr Ja, Musik ist vom Amiga Artist ist Alex Mauer Und der Amiga 500, ja das ist so der klassische Spiele Amiga, es gibt irgendwie Amiga 500 Plus Da ist glaube ich irgendeine Erweiterung dabei Und dann gibt es den Amiga 600, Amiga 1200 Ich weiß nicht, ob das schon so als Anführungszeichen Arbeitsgerät gilt Phobis und Escom, wer kennt es noch, ne? Bitte mal aufzeigen Ja, die waren so die Verkäufer Oder zumindest die Läden, wo man sowas kaufen konnte Und ich kann mich noch gut erinnern an Phobis War das Escom? Phobis? Ach verdammt, nee Escom war das, oder? Colani Das war so ein spezielles Design Egal, ist nicht unser Thema Unser Thema ist der 87 eingeführte Amiga 500 von Commodore Welcher als Multimedia Home und Personalkomputer vorgestellt wurde Der Amiga 500 lief mit 7,16 MHz in der NTSC-Fassung Also minimal schneller als die PAL-Version Arbeitsspeicher 512 KB on Board Was erweitert werden konnte bis zu 9 MB Ja, Wahnsinn, hm? Videoauflösung 23, 256, 46, 256 Und interpoliert, oder interlaced, besser gesagt 46 mal 512 Ja, das ist dann halt gedoppelt sozusagen Mit bis zu 4096 Farben Paula hat gesungen beim Amiga Und ich würde sagen, wir starten durch Die Software wurde auf 90 Millimeter Disketten Oder 89, noch was Also 3,5 Zoll Disketten ausgeliefert Manchmal auch ein paar mehr Paranoid 90 Vielleicht ein kleiner Hinweis auf den Paradoid Auf den C64 Oh, haben wir dafür Frechheit Und die laufen auch noch weiter Die Fässer So, Mr. Pixel Hallo, Mr. Pixel Mlad Hallo, Mr. Pixel Mlad I'm glad Vielleicht Keine Ahnung Be careful Boss Robert Has appeared On the Bounder Is thrown barrels Haben wir doch schon gesehen Dass der Boss Robert Da oben sich hier aufhält Und mit Fässern rumschmeißt Passt genau auf Halte dich sehr vorsichtig Und vergesse nicht Die Kamera oben unter Zu nutzen Um zu den Plattformen zu kommen Ach, okay Könnten Geht gar nicht weiter Oh Gott, können wir überhaupt da hoch? Oh ja, natürlich Können wir da hoch Also grafisch ist es auf jeden Fall schon mal ansprechend Zumindest das, was ich Von der Emulation vom Commodore Amiga so kenne Oh, wir sehen mal hier überall Piekser hier Hier ist wieder nichts zu finden Okay Wo müssen wir denn hin? Dabei, glaube ich, eben eine fliegende Plattform, oder? Jawohl Ähm, ja Ist das wieder ein Laser? Da habe ich ja schon sehr gute Erfahrungen Nein Aua Aua Wo ist er? Da Die Frage Wo kann ich mich denn da festhalten? Hä? Ähm Mäb Mr. Boss Robert Woher Woher Kenne ich Nö Natürlich Natürlich Kaputt So Musik ist wirklich gut Die gefällt mir auch gut Wobei ich sagen muss Ja Ich glaube vom NES und SNES Das hat echt nachhaltig in Erinnerung geblieben Das war sehr, sehr schön Was aber nicht bedeutet, dass die anderen Musik nicht sehr schön sind Also mir gefallen bisher alle sehr gut Also Wow Knopp Knippelig Oben gucken Ekelhafte Qualle So Wo ist das Teil? Da ist das Teil Dann springen wir hier mal rüber Und springen wir hier drauf Jetzt müssen wir mal schauen Wo können wir uns hier Keine Ahnung Jetzt hat es geklappt Komisch Ja, ich weiß nicht, ob ich da hin muss Ja Wer zu unvorsichtig Aua Na Kopf So, wo kommt Der Plattform Teil So Ich versuche es einmal Ich weiß nicht, ob ich da Was finde Ah, natürlich Okay Der Quallenkopf Der Scheint immer hier Im Äh, PIXA Uuuh Aber, der ist jetzt nicht gerade UUUUH Woh Wo war ich Ja Boah Mann, Mann, Mann Die Nerven gehen einem durch Ja Okay Toll Huuuuuuuh Mhmm Oh Gott. Was macht der Mr. Robot da wieder so im Krach? Der Mr. Robot, Quatsch. Das ist gerade eine Serie, die ich gucke. So, ähm. Jetzt komme ich nicht mehr auf dieses Teil hier drauf, oder was? Doch, doch. So, wo muss ich hin? Nach oben, nach oben. Ja, wie komme ich denn da hin? Ja, wie komme ich denn da hin? Nein, nein. Per Rudolf, du warst doch schon fast da oben. Da war ich zu übervorsichtig. Was ist das? Ähm. Sieht jetzt nicht gerade einladend aus, aber... Ähm, ja. Müssen wir aber irgendwie hoch. Ja. Man sollte vielleicht auch, ja. sich mal für eine Richtung entscheiden. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Für Welt... Na. Boah, es ist schwer. Oh, Leute. Boah. Boah. Nein. Das ist... Waren die Amiga-Spiele so? Nein. Ja, Gott sei Dank. Was? Was? Da ist noch was auf der rechten Seite. Nein. Komm schon hin? Oh nein. Ich muss schon wieder da oben hin. Nee. 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 So. Wow, wow, wow. Mal locker bleiben. Achtung, wo sind die Pixer? Wo sind die Pixer? Ach, da oben ist immer was. Ach, nee. Ah. Oh nein. Oh nein. Ich hab's verbockt. Oh nein, ich hab's verbockt. Ich hab's... Ich hab's verbockt. Na, ach... Schhh... Ach, man. Das kann nicht wahr sein, oder? Nein. Ach, nein. Ach, man. Das kann nicht wahr sein. Ach, man. Ach, bitte. Scheiße. Ach, Gott. Ja, es wird wahrscheinlich schon nicht besser. Ein Level hier hinkriegen. So. Noch einmal von vorne. Aber hier gibt es gar keinen Diamanten. Also müssen wir nochmal zurück. Dö, 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 dö. So. Hier rüber. Aber Übung macht ja der Meister, heißt es ja. Musik ist wirklich schön. So, da geht's rein. Ich wollte gerade sagen, da gibt's aber auch... Mh, naja. Egal. War da noch was? Ne, gut. Lecker, schmecker, der Menschen. So. Ne, das war nix. Da kommt der Es. Und... Sprungelung. Nein, 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 so geht das nicht. So. Ach, Gott. So, wo ist er? Da ist er. Da müssen wir jetzt nochmal hier hoch. Musik. 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 Die sammeln wir ein. Das sammeln wir ein. Das sammeln wir ein. Und wir werden nicht nach unten... Ah, da kommt der Tier. Da drauf. Wir werden nicht nach unten fallen, denn... Das ist nicht wahr, oder? Was mache ich denn da? Musik. 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 So. Ach nee, ich muss auf die anderen Seite. Jetzt habe ich... Na, ist schon... So. Da klappt es mit. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So. Jetzt nutzen wir nochmal dieses wunderschöne Gefährt... Jetzt nutzen wir nochmal dieses wunderschöne Gefährt hier. Nein. Ja, so. Ne, 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 ne. Jetzt? Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Aber erstmal... Schnappen wir diese zwei... Ich muss ein bisschen die Soundeffekte nachmachen. Die fehlen nämlich bei den Laserkanonen. Diese Laserstrahlen, die erinnere mich hier an... Den Albtraum in meiner Kindheit. Phantoms of the Asteroids. Das ist so ein C64-Spiel, was ich... Was grauenhaft schwer ist und ich bis heute noch nicht durchgespielt habe. Selbst in Emulatortagen nicht. Was machen die? Bouncen hoch und runter. So, von mir aus. Ja. So, keine Fehler machen, mein Freund. Können wir mal schauen, ob man demnigstens den... Ja, endlich. Also ich wollte sagen, dass wir demnigstens einsammeln und... Auch oft ist... Ähm... Nee. Ja. Was machst du? Du Pixel. Also, hallo? Okay. Pixelchen. Ja, ja, ja... Das war nicht so gut. Was machst du denn, du blöder Pixel? Du... Das ist halt die Ungeduld jetzt langsam. Oh, wir haben schon wieder die Zeit überschritten. Nö. Aber wenn ich zu blöd bin, hier hochzuspringen, dann muss ich die Zeit überschreiten. Nö. Ja. Bababababababab Babababab Bababab Ach, was macht der denn? Ach, Leute! Hallo! Ja. Wo muss ich hin? Dahin muss ich. Ja. Super. Das ist unfassbar. Also, na also. Wie komme ich da am besten hin? Ja, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Jetzt müssen wir diesen komischen Dr. Robot da besiegen. Der schmeißt immer mit seinen blöden Dingern da rum. Das packe ich jetzt bestimmt nicht. Pass auf, jetzt sitze. Jetzt springe ich da hoch. Ja. Ja, die geht auf die Tür, Gott sei Dank. Ach, wenigstens ein Level schaffen, bitte. Da springe ich auch mal drüber. Da können wir auch mal helfen. Der steht ja immer nur so doof rum. Oh Gott sei Dank geschafft. Das zweite Level. Amiga, The Gauntlet. Gucken wir uns ganz, ganz, ganz kurz mal an. Und dann darf ich mich schon verabschieden von Life of the Pixel. Das Leben eines Pixels. Die anderen beiden oder drei Konsolen, die noch da sind. Ich vermute mal Playstation oder hier irgendwas von der Switch, äh, die Wii oder sowas. Also irgendwas nur noch von Nintendo. Geheimnis-Level. Nicht schlecht. Da muss ich mal schauen, ob ich die tatsächlich mal wahrscheinlich offline spielen werde. Mal gucken. Ja klar, der kann drüber laufen. Egal. Macht nichts. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir die anderen Konsolen bald freischalten können. Dann sehen wir uns wieder eventuell zu den Lost-Levels, wie ich mal angekündigt habe. Aber da muss ich mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Wenn ich hier schon, keine Ahnung, so eine Füllstunde für ein Level brauche, kann es sein, dass die höheren Level noch länger dauern. Und da möchte ich euch nicht langweilen. Die Frage ist, ob ich das überhaupt in einer angemessenen Zeit hinbekomme. Eventuell werde ich vorspulen. Schauen wir mal. Aber es gibt auch noch viele andere Sachen, die wir entdecken können. Dankeschön fürs Zusehen. Erstmal für bis hierhin. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder in einer anderen Folge. Wieder hier im Retro-Beat oder irgendwo anders. Bis dahin. Euer Perodo. Tschüss.